ARD Text im Auftrag von Funk Ist nicht nackig. Feder, Aber das ist nackig Hexer Herrin Vivienne?! Du dachtest, ich verlaufe mich Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Du bist also doch keine Bruxa. Eine was? Das war mein erster Verdacht, dass du eine Vampirin bist. Ein paar Details schienen darauf hinzudeuten. Aber ich lag falsch. Naja, nicht so richtig. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster. Und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage? Wirst du schweigen? Du hast nichts zu befürchten. Ich bin hier, um dir zu helfen. Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und so mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. Sieben Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun betest du mir sieben Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Hm, interessant. Komm. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin, versorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen, oder... Ich weiß nicht. Sie wenigstens trösten. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Danke. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde dir unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfes meinen Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de L'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218 als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers bavarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Es ist Zeit, meine Herren. Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena. Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter. Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann. Doch Obacht, wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten zugleich hier an. Die Spannung darauf, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. So, weiter geht's. So, mal gucken, wie sich der gute Soul jetzt in dem Ritterkampf schlägt. Oh, oh, drei gegen einen. Das ist fast wie die Hooligans. Alle auf einmal. Ich sollte mal die Fackel wegstecken. Der Schwertkampf mit einer Fackel von Geralt von Riva übertragen. Auf jeden Fall, mal schauen, ob der gute Soul sich wirklich im Ritterkampf bewähren kann als wahrer Ritter. Oder ob das nur eine List ist von den Rittern. Geralt von Riva. Das ist ein tapferer Name. Baron Palmarin de la Fond. Der gute Freund. Wow, wow. Wow, wow, jetzt alle auf einmal, oder was? Was ist hier los, ihr Bitches? Pass auf, den Typen mit der Lanze, der ist... Die sind immer böse. Der ist böse. Hinter dir. Okay. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wir ergeben uns nicht. Wow, wow. Jungs, ruhig bleiben. Schwalbe. Alter, die haben denen gar nichts abgezogen, ey. Ja, können nichts. Was von Lappen. Lass dich nicht einkreisen. Wow, wow. War ich auch mit A aus. Mit A verbrauche ich Ausdauer. So. Die brauche ich eventuell noch. Das war knapp. Gleich hast du Palmarin auf jeden Fall. Einen nach dem anderen systematisch, würde ich sagen. Das ist die beste Lösung hier. Schön ruhig. Der erste ist weg. Nämlich erst mal den ganzen Affen aus dem Spiel. Ja. Wow, wow, Junge. Bleib geschmeidig und ruhig, ihr Fotzen. Gehen von der Wand weg. Okay. Zwei von drei von fünf hast du jetzt Down. Ich will den nicht, den will ich. Nee. Doch, weil der ist auch quasi Widerlandssenträger. Die anderen kann ich kontern. Nee, der Punktestand macht mich gerade ein bisschen kibber, aber... Der Punktestand heißt, so und so viel von der Fraktion sind noch am Leben. Wir haben angefangen, alle mit fünf. Achso. Ja, drei, also okay. Drei Leute sind noch aktiv. Zwei hast du Down. Tanzen wie Schmetterling, stechen wie Biene. Stechen wie Biene, tanzen wie Schmetterling. Mohamed Ali. Woo, der war gut. Der war gut. Keine Gnade. Keine Gnade dem Volke gegenüber. Gerard von Riva besiegt euch alle, ihr Fotzen. So oder so ähnlich würde sein Wortwahl sagen. Du erinnerst mich gerade an... Zara zum Wunschel? Nein, du erinnerst mich gerade sehr stark an meinen König, der nicht bei Fable 3 gespielt hat. Achso. Da habe ich meinen Bruder zum Tode verurteilt. Im Hühnerkostüm. Weil ich die Wichtigkeit dieser Entscheidung untermauern wollte. Achso. Ja, dann... So. Okay, zwei hast du noch. Ja, jetzt haben wir nur noch die... Oh, fucker. Kannst du auch nicht partieren eigentlich? Kannst du auch, aber... Boah, der war gut. Der war gut. Ich weiß. Das ist das, was ich eigentlich permanent probiere. Deswegen wollte ich die ja... Aber die schweren Schläge kannst du sehr schwer kontern. Ja, klar. Ach, fick dich. Zack, zick, zack. Zack, zack, zack. Stech euch alle ab. Puh, der war doof. Der war kacke. Ja, guck mal, er ruft dich. Er will peinen. Brauch's auch nicht. Junge, ein Ritter macht euch alle nass. Ja, könnt ihr mal sehen, was ihr von Ritter seid. Hey, die Sau. Der macht sowas, was ich immer mache. Ja, klar macht er das. Ist auch 35. Nein, das meinten... Er hat gerade... Pariert. Nicht pariert. Er hat gerade was Schlimmeres gemacht. Schmerzwebel und sowas. Das darf der nicht. Das darf nur ich... Oh, der, der war, der war behindert. Der war, äh... Nicht zu viel, jetzt wollen. Der war zu viel, der war schwierig. Ach, fick dich. Geh auf Nummer sicher. Okay, einen hast du jetzt noch. Ach, fick dich. Pass auf. Der ist auch schon ein bisschen gefährlicher. Acker Spack. Oh, ich hatte ganz vergessen, dass wir die Vergiftung drauf haben. Gifft haben, auch beschwerter. Ja, ja. Wuhu. Okay, das ist jetzt easy peasy. Dann haben wir, glaube ich, auch die Quiz damit gleich beendet. Ne, haben wir noch gar nicht. Wir müssen die ja noch vom Flug befreien. Okay, das müssen wir aber schwer machen, ne? Ja, ja, jetzt will es wissen. Jetzt will es wissen noch. Ach, easy. Gerhard von Riva hat euch alle nass gemacht. Ne, 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 ne. Die Welt solch ein rumreich Gefecht, schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier Palmarin de L'Enfant, Grégoire de Gorgon, zwei herrliche Ritter, nur ein Champion. Herr Geralt von Riva, er rang den Sieg nicht. Zunächst ließ er hoppen, nun übt er Verzicht. O wackre Kämpfer, müht nach zahllosen Rieden, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Die Welt solch ein rumreich Gefecht, müht nach zahllosen Rieden, nun könnt ihr euch ausruhen. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Häckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich... ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Ja. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Tein. Ich werde dir das Ei zerbrechen. Ich werde malen Träume verwirklichen und ein Verbrechen. Ich werde das Ei zerbrechen lassen. Ich werde das Ei zerbrechen lassen. Ja, es läuft weiter. Ja, weiter geht's mit Geralt und dem Pantern. Und den Pantern-Manta und alles mögliche. Ja, wie lange sollen wir noch warten? Uh, der Karunchi. Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines, das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Und was muss ich tun? Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Munaganderau, Munafinarat. Munaganderau, Munafinarat. Munaganderau, Munafinarat. Munaganderau, Munafinarat. Munaganderau, Munafinarat. Munaganderau, Munafinarat. Munaganderau! Verdammt. Geralt, sieh nur. Sieh nur. Götter, ich kann auf Bälle gehen. Ich kann nach Oxenfurt, sogar nach Nobbygrad reisen. Danke, Hexer. Guillaume solltest du danken. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar. Richtest du ihm das aus? Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein, aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Gut, ich sage es ihm. Lebe wohl, Vivienne. So, dann dürfen wir uns jetzt noch auf den Rückweg machen. Geil. Wieso das denn? Weil sowas immer geil ist. Ach so. Einmal quer fällt ein durch die Pampa, ohne dass wir sehen, wo wir hinlaufen, wegen zu dichtem Buschwerk. Buschwerk, verstehst du? Ja. Witz, komm raus, du bist umschlädt. Ja, ja. So ist das. Witz, komm raus, du bist umschlädt. Geht nicht. Ich würde das Pferd nehmen. Ich suche eigentlich gerade einen Schnellreisepunkt. Den kannst du lange suchen. Nein, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass hier oben ein Schnellreisepunkt ist. Du kannst lange suchen. Nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Ach, was du willst. Siehst du, da ist der Schnellreisepunkt. Ich habe es gesagt. Na, 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 na. Ich sage es dazu nur noch. Fotze. Der klingt etwas blechern. Juhu. So. Wo müssen wir hin? Zum Turniergelände. Alter. Wo sind wir denn hingekommen? Leckt mich am Arsch. Hat die Leute uns abseits gebracht. Passt. Drei Folgen aufnehmen. Oh, wo wollen wir zwei halten? Okay. Scheiße. Dieses Spiel ist nicht Let's Play freundlich. Das möchte ich hier mal nur erwähnen. Ich habe nichts gemacht. Dauerwelle. Dauerwelle. Haarverdürmer. Anti-Schuppenbehandlung. Bei meinem Schwur. Ich werde das Turnier gewinnen, Liebste. Gerold, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Die kann unbesorgt sein? Ihre Methode hat funktioniert. Aber wahrscheinlich hat sie nicht mehr lange zu leben. Sieben Jahre vielleicht. Ich kann mich aber auch irren. Na, hoffentlich. Du hast mich enttäuscht, Hexer. Ich habe dir vertraut. Und du? Es war Viviennes Entscheidung. Sie wollte es so. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Mein Freund ist Bader. Und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deine Frage behalte für dich. Adieu. Somit ist die Quest jetzt endlich mal abgeschlossen. Dieses Nicht-Einsteiger-Irgendwas. Und wir können hier Mutations-Irgendwas machen. Aha. Ah, okay. Die kann man immer wieder deaktivieren auch. Okay. Ja, nee. Jetzt brauche ich schon drei. Fertig. Ihr seid doch bescheuert. Seid ihr doch. Ja, drei, sechs, neun. Viel interessanter. Große blaue Mutter Gene. Ja. Das ist lustig. Weil... Okay. Das heißt, wir dürfen erst mal alles hier von den grünen und roten umwandeln. Ja, klar. Ausgezeichnet. Das ist aber nicht mehr heute. Nee. Wir gehen jetzt nochmal hier eben durch das ganze Tutorial-Scheiß. Und mixen mal eben schnell hier noch ein bisschen. Because we can. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, rotes Mutter gehen, rotes Mutter gehen. Hä? Was ist hier los? Ansonsten können wir nichts wirklich tolles machen. Nee. Oh, weiße Möwe. War klar. Da fehlt Zutat. Dann können wir schon mal überlegen, dass schwarzes Blut machen. Voraussetzung, wir kriegen Rebis. Wo ist der Rebis? Ich will jetzt nur gucken, ob wir Rebis haben. Ja, ja. Wir haben Rebis, Gott sei Dank. Das heißt, wir brauchen noch... Oh, Alter. Zwei weiße Möwe. Der kriegt wieder verballern. Okay, dann sagen wir jetzt an dieser Stelle zu euch. See you guys. Mit der Schnapszahl. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Witcher 3 bei Hand. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.